Hallo, ich mache heute Einlegurken, das sind so leicht gesalzene Gurken, die man schon am nächsten Tag essen kann. Und was ihr dafür braucht, ist halt heiß kochendes Wasser, dann grobes Salz, Dill 100 Gramm, 3 Blätter von Johannisbeeren, wenn ihr die nicht habt, ist auch nicht schlimm, braucht man nicht unbedingt, dann Knoblauch, ca. 30 Gramm, schwarzen Pfeffer, ca. 10 Gramm und dann 3 Kilo feste Einlegurken, die legt ihr halt so fest nebeneinander. Wenn ihr die erste Reihe schon gelegt habt, also so wie ich hier, dann könnt ihr schon ein bisschen Knoblauch reinlegen, so halt dazwischen, dass man halt überall was hat, dann ein bisschen Pfeffer, Dill halt auch, also müsst ihr halt nicht fein machen, also ich hab hier Dill und Gurken alles im russischen Laden geholt. dann legt ihr halt die nächste Reihe, auch wieder etwas Dill dazwischen, Knoblauch, Pfeffer, und dann halt den Rest, den ihr noch übrig habt, überall mal verteilen obendrauf. jetzt halt ein Liter Wasser, mit einem Esslöffel Salz vermischen, also kochendes Wasser, mit einem Esslöffel Salz vermischen, sodass es halt ausgelöst ist und dann über die Gurken gießen, sodass die Gurken komplett am besten mit Wasser bedeckt sind. Wenn eure Dose etwas größer ist, wie meine, könnt ihr einfach einen Glasteller obendrauf auf die Gurken legen, ist das auch ok. Also ich brauche hier noch Wasser. ca. 3 Liter Wasser kommt rein. Wenn jetzt so viel hier oben bei euch, wie gesagt, schwimmt, dann einfach mit einem Glasschüssel oder so mal drauflegen, aber ich mach sie jetzt bei mir zu, weil bei mir sind die liegen die eigentlich gut fest. Zumachen und halt abkühlen lassen und danach in den Kühlschrank legen. Und jetzt halt die Gurken abkühlen lassen und dann in den Kühlschrank stellen und morgen 24 Stunden können sie nicht essen. Zeit für Dose Dose Vielen Dank.